Ich möchte dir ein cooles, kleines EDC-Gadget vorstellen, und zwar Swiss & Tech. Das habe ich auf Amazon geholt und die Marke insgesamt, die kenne ich jetzt aus den USA, denn das Ganze ist, die sagen als Marketing-Versprechen, in der Schweiz handgecraftet, kommt aber aus China, und überlegt und designt in Amerika. Ja, so kann man sich die Sache auch schön reden. Aber es ist wirklich ein sehr nettes, kleines EDC-Tool, das ich gern habe. Das Ganze ist eine Zange, und zwar eine Zange, die auch wirklich brauchbar ist, also da kannst du auch wirklich schön Kraft drauflegen. Also ein Kabel-Ab-Isolier- und Kabel-Zange, also Abzwicker, sagt man in Österreich mit dabei, und dann eben ein Schlitz, der aber auch zum Aufmachen von einem Paketgut geeignet ist, und was ich wirklich eigentlich am meisten brauche, das ist ein Philips-Schraubenzieher, der da mit dabei ist. Warum brauche ich den am meisten? Weil ich halt immer bei irgendwelchen Messern irgendwas abschrauben und umschrauben muss, und das finde ich extrem cool. Das ist übrigens hier ein Sen-Cut-Messer, das werden wir mal anders mal vorstellen. Auf jeden Fall, ich muss andauernd was schrauben, und da ist das sehr, sehr praktisch. Das Interessante bei diesem Teil ist, dass du es auseinander nimmst und dann zum Beispiel am Schlüsselbund fixierst, anmachst, dann die beiden Schraubenzieher wieder, die auch gleichzeitig die Griffe sind, wieder runterziehst und hast es dann am Schlüsselbund mit dabei. Übrigens, billige Eigenwerbung, das ist eines von unseren Beats, ich glaube, so nennt sich das, das ist ein Glow in the Dark, also das Nachtleuchtende, wir haben ihn in Orange, in vielen anderen Farben. Schau dir das an, wenn du vielleicht für einen Schlüsselbund sowas haben willst. Warum? Weil dann findet man ihn leichter in der Nacht oder wenn er runtergefallen ist, in Orange, aber sei es drum. Ich finde die Sache wirklich cool und ich habe es auch mit dabei, aber es gibt einen kleinen Nachteil. Und zwar, weil das Ganze natürlich aus Edelstahl gefertigt ist, wird das auch ziemlich schwer. Das wird wirklich ziemlich schwer und am Schlüsselbund habe ich das eigentlich nicht so gern. Daher bin ich zu etwas anderem übergegangen und zwar, du kannst das auch an eine Tasche machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Wankwest-Tasche, die ich auch in Kürze vorstellen werde, die ich großartig finde. Auch habe ich mir auf der Blade Show in Atlanta mitgenommen von Wankwest. Das ist so ein urbanes Slingbag, sehr, sehr schön. Aber egal, sei es drum. Du kannst dir das zum Beispiel an die Kordel von einem Zipp machen. Und dadurch ist es zum Beispiel am Rucksack jetzt. Wenn du das jetzt auf einem EDC-Rucksack hast, kann wirklich nicht runterfallen. Also das ist fix da dran. Dann fällt das Gewicht auch nicht so stark auf, wie in der Hosentasche. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und da gibt es unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, wo du das noch platzieren kannst innerhalb der Tasche. Also das ist sehr schön. Wo ich auch so ein bisschen ein Thema habe, ist halt, es ist kein Messer mit dabei. Jetzt gibt es andere Tools, kleinere Tools, die auch deutlich leichter sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Victorinox. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist wie das Classic SD, nur ist das die Variante ohne Messer. Da hast du eben nur die Schere und auf der anderen Seite den Schraubenzieher und den Kapselheber. Das habe ich übrigens auch auf die Blade Show in Atlanta. Ich habe das genauso, genauso wie es jetzt ist, also auch mit unserem Holster, der ja auch perfekt passt, dass man jetzt zum Beispiel hier einen Schlüsselbund mitnimmt und der halt auch deutlich leichter ist. Ich habe das bei der Personenkontrolle im Handgebäck gelassen und jedes Mal haben sie mich aufgehalten in Wien und in Frankfurt und haben gesagt, sie haben ein Messer mit dabei, so haben mich rausgefangen. Und dann haben sie es rausgenommen, so ein Messer, das müssen wir nachschauen. Und dann sage ich, na, es ist kein Messer, ich habe kein Messer. Und dann, ah ja, stimmt, das habe ich auch noch nie gesehen, habe ich dann gehört. Sei es drum. Auf jeden Fall, ich hadere halt damit, weil der große Vorteil bei dem ist halt einfach die Zange. Ich habe hier eine schöne Zange und die funktioniert auch gut. Da gibt es nichts zum Sudern, aber das war es dann auch schon wieder, weil den Schlitz und den Kreuz und das mit dem Abisolieren, also das brauche ich zumindest nicht. Also das Abisolieren brauche ich wirklich so, so selten. Ist bei dir vielleicht anders, aber schreib mal gerne einen Kommentar, ob du dieses als Everyday Carry Werkzeug, dieses Abisolieren wirklich brauchst. Das würde mich jetzt echt interessieren, wie viele da sagen, ja, ich brauche das immer wieder oder hatte das schon einmal gebraucht. Und damit meine ich jetzt nicht daheim, damit du dir den Weg zum Werkzeugkasten gespart hast, sondern wirklich ernsthaft unterwegs, im Carry sozusagen, draußen. Gut, also das ist mit der Zange so der große Vorteil. Und natürlich, man kann jetzt mit diesem Schlitz hier auch einen Karton aufmachen. Habe ich damit gemacht und das geht auch sehr, sehr schön. Aber bei mir fehlt halt irgendwie so die Teile, die ich öfter brauche, wie zum Beispiel eine Schere oder ein kleines Messer. Und, und das kommt halt bei mir auch häufig vor, irgendeine Pinzette. Warum? Weil ich draußen herumlaufe und immer irgendwelche Zecken ziehen muss. Aber mit den Kindern auch irgendwelche kleinen Splitter. Und das fehlt mir ganz einfach. Und hier kann ich mir bei den Victorinox, kann ich mir dann auch noch eine Nadel mit dazugeben. Das fehlt hier alles bei diesem Teil. Und deswegen habe ich so ein bisschen eine Hassliebe dazu und bin mir eigentlich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das für mich passt. Und jetzt frage ich dich, wie siehst du das? Was würdest du wählen? Würdest du eher die Victorinox-Variante nehmen? Oder eben dieses Swiss & Tech EDC-Tool? Ich gebe dir billige Eigenwerbung den Link zu beiden. Zu mir in den Shop rein. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann hol dir ganz einfach sowas. Und ich sage nur, besser hat bald gebraucht.